Der Freund hat 150, was ich meine, hat bei BKA-Tippo gar getrunken. Und wie war das? Der ist mir übergelebt, aber ich werde mir da mal scheinbar hergeben, weil der größer 5-Fort ist. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe mich angefiext. Ich habe sich früher auch schon geklappt. Und Roman und Thomas und der Hanni haben sie mich angefiext. Ich habe sie von ihnen wie einen J-Top gekauft. Und sie sind wahrscheinlich da und wieder zuschauen. Nein, ich glaube nicht. Das ist eine gute Idee, das war ich jetzt schon mal. Fangen wir mal eben mal wieder an. Nein. Das ist einfach nicht. WDR mediagroup GmbH 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 WDR mediagroup GmbH